Sekunde, ich sehe da was, glaube ich. Was denn? Da ist der Pacer von der Party gestern Abend. Ich mache gerade einen Abgleich mit Ihren Fotos von der Ölplattform. Ja, die Fahrgestellnummern sind identisch. Er ist sicher nicht allein hier. Die entsprechende Suche läuft schon. Ja, es sind noch andere da. Drei, fünf, die sind überall. Und sie bewegen sich alle in Richtung... Oh nein! Finn? Finn, wo sind Sie? Schaffen Sie ihn aus der Box raus, sofort! Wow, ein paar von den Burschen sind ja echt irre laut! Können Sie mich hören? Hallo? Was? Sie müssen die Box verlassen, sofort! Hören Sie mich? Hey, ich erkenne Ihre Stimme! Sie ist die Lady von der Party gestern Abend. Wollen Sie, dass wir jetzt unser Date haben? Nee, da wird zu viel geplappert. Können Sie die Frequenz mal frei halten? Rauch bei der Nummer 10, das ist Bedalski! Vergeuden Sie keine Zeit! Verlassen Sie sofort die Box! Gibt's denn da, wo Sie im Moment sind, einen Kabelanschluss? Ich möchte den Rest vom Rennen nicht verpassen. Wir haben keine Zeit mehr! Sie kommen, Shift World! Ja, ich weiß! Schaffen Sie ihn da raus! Ich versuch's ja! Schnell! Kommen Sie! An sich fahre ich ja immer noch mal ganz gern durch die Waschanlage, bevor ich mich mit einer Freundin treffe! Finnback Missal, du bist doch tot! Dann dürfte das ja nicht wehtun! K.A.O.S. Zwei 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 K.A.O.S. Zwei